Willkommen zur neuen Aufnahme zu Grow Home. Wir sind gerade dabei, die Stars Seeds einzusammeln. Schlagen uns da auch relativ gut bei. Uns fehlen nur noch vier Stars Seeds. Wir haben gerade eben ein Würmchen hier eingefangen, genauso wie das grüne unten. Und jetzt wollen wir da so einen Zacken uns holen. Oha. Wobei ich glaube, der wird echt schwer sein, die rauszubekommen. Na, wobei. Ach, jetzt wollte ich schon gerade in den Monitor reinkriechen. So, New Item haben wir wieder. Perfekt. Jetzt wollen wir mal gucken, was uns noch alles so fehlt in unserer Datenbank. Ja, gut. Das haben wir jetzt. Es ist jetzt doch noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sind es noch. Okay. Kriegen wir aber auch hin, da bin ich zuversichtlich. So, jetzt macht man Platz da. Jetzt will ich nämlich... Wir sind gerade da, also wollen wir da hin. Na? So, weißt du, sind wir. Die fünf haben wir noch nicht. Ist ja alles. Okay, wo die Stars Seed jetzt ist. Da fällt mir gerade ein, wir sollten mal gucken, wie viel fehlen uns da jetzt eigentlich noch. Es fehlen uns noch vier Kristalle. So viele sind es gar nicht mehr. Okay, da unten scheint nix zu sein. Da ist ein Blatt, aber wir haben ja ein Blatt. Können wir höchstens auf der anderen Seite was haben. Ich weiß nicht, das sieht auch nicht gerade vertrauenserweckend aus. Kann aber ja eigentlich gar nicht so weit. Warte mal da oben. Waren wir ja noch gar nicht. Da wollten wir ja immer hin. War mir zumindest so, dass ich das nicht so im Kopf habe. So, das heißt, wir bemühen uns da jetzt drauf zu kommen. Dass wir die ganzen Stars Seeds einsammeln. Und nebenbei natürlich auch noch die ganzen Items, die uns noch fehlen. Oh Gott, muss ich da jetzt echt... Habe ich da jetzt echt so einen riesen Umweg gemacht? Kann ich da nicht irgendwie... Ja, doch, ich versuche da mal anderweitig rüber zu kommen. Mal, weil das einfach ein zu weiter Weg ist, da jetzt ganz rumzulaufen. Da habe ich schon was gesehen, was ich auf jeden Fall als Item brauche. Was ich jetzt vergessen habe. Aber das hole ich gleich. Das ist überhaupt kein Ding. Das kann ich jederzeit noch nachholen. Jetzt wollen wir erstmal hier drüben hin, weil ich keine Ahnung habe, ob wir da eventuell... Na... Wieso? Meine Tastaturwildin wollte nicht mehr reagieren. Ach, wie schön. Jetzt darf ich mich da wieder rumklettern. Und rumbemühen. Und dann haben wir es hier auch gleich. Wenn ich jetzt diese Knospie hier finde. Nein! Komme ich da jetzt hoch? Wäre natürlich genial, wenn ich da jetzt hochkomme. Sieht auf jeden Fall gut aus. Was ist da drunter? Nix. Bin ich jetzt... Bin nix hier? Ist doch ein Witz. Ist doch ein Witz. So, dann bin ich jetzt hier wieder zurück. Oder sehe ich hier irgendwas leuchten? Nö. Da, ist doch die Starseed. Da, ist doch die Starseed. Da, ist doch auch immer so in so einer großen Dings dran. Ich weiß nicht, die schnappen zu. Upsala. Oh, komm, mach dein Malchen auf. Nein! Das hat ja super geklappt. Dann liegt ich noch. Das brauche ich auch noch, das Ding. Wie kriege ich die da raus? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich verschiebe die immer von jeweils immer einen Millimeter rüber. Wenn ich da jetzt noch zigmal sterbe, dann... Gibt's doch nicht. Jetzt könnte ich die von draußen schon nehmen. Ich habe es geschafft. So, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Mhm. Nein. Okay, also. Gut. Gut. Jetzt bin ich schon fast wieder in den Bildschirm reingekrochen. Gut. Und wir haben noch eine Salsi. Das ist hier immer noch drei. Aber jetzt habe ich hier ja noch was gesehen. Was wir auf jeden Fall noch benötigen. Und... Das will ich dann auch gleich mal holen. Nämlich so ein komisches Ei oder was das ist. Da von der anderen Seite kann ich das besser holen. Gut. 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 Gut, gut, gut. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Äh... So. So. So, jetzt hört man natürlich meine Katze. Wie soll es noch anders sein? Das hatte ich ja schon befürchtet, dass man sie irgendwann hören wird. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir können ja mit so was umgehen. Wir sind ja schon professionell. Oder auch nicht. Wenn wir professionell wären, würden wir dafür sorgen, dass sie nicht zu hören wäre. Jetzt. Ja, wir kriegen das. Wir schaffen das. Oh, Mousi! Ja, sie meint gerade mal ein bisschen Stress zu machen, weil... Und so. Aber gut. Sie beschwert sich gerade, weil sie spielen möchte. Das kenne ich nämlich schon. Das ist nämlich so ihr Spieljaulen. So von wegen, wenn sie lange genug jaulen, dann spielt schon jemand mit mir. Meistens ist das leider noch der Fall. Also, man muss ja eins sagen. Die Katze hat mich und meinen Freund sehr gut erzogen. Nein! Okay, alles klar. Also, ich komme da hoch mit dem Sprung. So, stehen bleiben. So, erstmal auffüllen lassen. Ich dachte schon, ich verliere das Ding. So, die Starship ist da jetzt raus. Dieses komische Ei da rein. Und dann können wir gleich mal gucken, was uns noch fehlt. So. Mal gucken. So. Das fehlt uns. Das fehlt uns. Das fehlt uns. Und diese Sachen. Super. Die haben voll viele. Alles klar. Ab zur nächsten. Da wollen wir hin. Zur 8. Okay, hier muss... Na, okay. Das ist ja... einfach. Hab ich da gerade ein... ein Style hier drin? Nein, das ist ja nicht so. Äh, wir brauchen nur noch zwei... zwei Style Seats. Ist jetzt einfach, wir sind hier fertig. Äh, wir sind jetzt 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 hier fertig. Wollt' ich eigentlich gar nicht hin. Das heißt, aber ganz eben, muss also auch noch einer sein. Denn... Unten... war nur eine. Hm. Oder waren nur zwei und ich hab die nicht gesehen. Okay, wir machen jetzt jetzt mal anders. Nein! So goof wollte ich gar nicht sein. Joa. Okay. Ein freier Fall, in dem wir uns das einmal angucken, wo was sein könnte. Oder auch nicht. Hä? Na gut. Ich seh einen. Ich seh einen. Felsbrockenhüpfen. Felsbrockenhüpfen. Yay! So, fehlen nur noch drei Kinstalle. Aber ich stürze mich jetzt mal in die Tiefe. Ich will ja hier irgendwo noch gucken, ob ich hier noch die Stars jetzt finde. Oder diese eine, die mir fehlt zumindest. Ich glaube, das war noch ein weiter unten. Also von daher, ja. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Nein, da wollte ich füßeln. Vier, fünf. Da fühlt uns immer noch die Stars jetzt. Wo kann die sein? Hm, oder doch, warte mal. Oder war sie da nicht gerade? Oder war sie da nicht eins? Hier ist auch keiner. Aber eigentlich müsste ja auf jedem außer ganz oben eine sein. Also müsste auch an der Nähe hier eine Stars Seed sein. Also eigentlich auch hier oben drauf dann. Das sieht jetzt hier irgendwie nicht so noch Stars Seed aus. Finde ich zumindest. Finde ich zumindest. Mit dem Kopf, aber hier ist ein Blatt. Mit dem Kopf. Nö, dich lasse ich da drin. Du bist ja doch mit Absicht drin. Du bist ja da drin. Du bist ja da drin. Ne, keine Ahnung, wo die Starseeds sind, die letzten zwei. Weißt du es nicht? Na gut, ich würde sagen, um die letzten zwei Starseeds, genauso wie um die letzten Tiere und das Letzte, was uns fehlt, kümmern wir uns in der nächsten Folge und dann sage ich mal, bis dahin, tschüss.